Was triggert dich? Also wo guckst du dir Sachen oder beobachtest Sachen, wo du sagst, boah, geht gar nicht? Das ist das, was ich im Prinzip von einem Selbstständigen oder auch Unternehmer erwarte. Und dann ist schon das Thema Dummheit, also gleich Nichtwissen, lösbar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Evolution. Heute wieder zurück am Start und wir dachten uns, wir reden einfach mal ein bisschen drauf los. Genau, also wir haben eigentlich gar kein Thema, sondern wir haben auch gar keinen Plan, was wir heute besprechen. Und haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine Folge. Einfach so, drauf los. Weißt, was mich mal wirklich interessiert, ist, was stört dich richtig so draußen von dem, was du siehst? Was triggert dich? Also wo guckst du dir Sachen an oder hörst Sachen oder beobachtest Sachen, wo du sagst, boah, geht gar nicht? Also was tatsächlich ein Thema ist, was mich stört, ist, denn Dummheit geht mir auf den Nerv. Ja, also Dummheit nervt mich schon. Also ich glaube auch das Thema Dummheit ist, erst mal ist ja Dummheit ist ja Nichtwissen, also du hast halt keinen Plan, das ist halt Dummheit. Und was mich daran stört, ist ganz einfach, da muss man schon auch echt viele Fähigkeiten mitbringen, das sozusagen zu konfrontieren. Weißt du so, also Dummheit ist glaube ich eine ziemlich, also damit zurecht zu kommen, ist schon für denjenigen, der dumm ist, schwierig, aber... Ich glaube nicht, nein, 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 für den nicht, weil das, also ich hab mal gehört, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, dass dumme Menschen glücklicher sind, weil die halt weniger nachdenken. Nee, nee, aber jetzt, Spaß beiseite, also man merkt das ja, ist jetzt egal auch, ob das jetzt unternehmerisch ist oder als Makler, der Punkt ist halt einfach, wenn man etwas nicht weiß, wenn man keine Ahnung hat, dann trifft man natürlich auch echt dumme Entscheidungen. Ja, das ist wirklich so. Also ich finde das schon manchmal total verrückt, auf was für Schlussfolgerungen Leute kommen. Ja, das ist krass. Ich weiß genau, was du meinst. Auf was für Schlussfolgerungen Leute kommen. Okay, mach mal ein Beispiel. Ohne jetzt so. Ja, ich mach mal an meinem einfachen Beispiel von mir. Ich habe in den 90er Jahren über mehrere Jahre jeden Monat erfolgreich ein Immobilienseminar gemacht. Super cool, super erfolgreich, tolle Umsätze gemacht, richtig cool. Und auch ich war dumm, aber so richtig. Und irgendwann lief das nicht mehr. Es funktionierte nicht mehr. Also funktionierte nicht mehr im Sinne von unser Marketing hat nicht mehr gezogen, weil wir waren halt in einer bestimmten Stadt. Wir haben da immer wieder dieses Seminar jeden Monat gemacht. Und der Punkt ist, wenn du halt einfach an einem bestimmten Punkt nicht weiterdenkst, nicht tiefer reingehst. Und das ist ja auch dumm, um das mal so zu sagen. Und ich nehme mich auch gerne da selber auf die Schippe. Ganz klar. Ich habe auch manche Fehler eben nicht nur einmal gemacht. Dann sollte man ja eigentlich daraus lernen. Ich habe die auch dreimal gemacht, weil ich das einfach halt dumm war und keine Ahnung hatte. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ach, das Seminar ist einfach scheiße. Das hat aber mir über drei Jahre lang so hart krasse Umsätze gebracht. Und dann gehst du einfach hin und schneidest mal komplett eine super erfolgreiche Aktion. Also schneiden ist falsch. Eigentlich bin ich mit dem Baseballschläger kaputtgeschlagen. Aber so richtig. So, heute mit der Perspektive und dem Wissen, sage ich, ich hätte eigentlich nur, und das ist wirklich der einzige Punkt gewesen, Expansion. Ich hätte einfach nur expandieren müssen. Also vergrößern, Radius vergrößern, andere Stadt, in eine andere Stadt reingehen. Und ich hätte ein Evergreen gebaut. Also, weißt du, ich hatte im Umkreis genügend Städte, wo ich das super weiter hätte machen können. Wäre überhaupt gar kein Thema gewesen. Und da hat meine Dummheit, also mein Nichtwissen, mir komplett ein Schnippchen geschlagen. Und jetzt kann ja jeder selber für sich mal überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel als Makler in so einer aktuellen Situation deine Objekte nicht verkaufst und jetzt auf einmal anfängst, neue Geschäftsideen zu kreieren oder keine Ahnung was, ich habe keinen Bock oder du kriegst die Challenge Mitarbeiter nicht geknackt, die Nuss. Und kommst dann zu dem Ergebnis, ach, da lasse ich das einfach. Anstatt mal darüber nachzudenken, du hast gar keine Ahnung. Du müsstest mal anfangen, Ahnung zu kriegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also der Punkt ist einfach durch die, also auch durch die Nichtwissenheit, Dinge in die Wege zu leiten, die nachher einfach für totaler Unfug waren. Volker, das hat mich so aus dem Tritt damals gebracht, dass jetzt kommt ja, du triffst eine falsche Entscheidung, also nicht, bleiben wir mal bei Nichtwissen, das klingt nicht so krass wie Dummheit, ja. Du triffst halt eine falsche Entscheidung daraus, weil du irgendeine Sache dir nicht richtig angucken kannst, weil du einfach das nicht checkst, ja. Und dann triffst du ja eine Entscheidung und auf einmal findest du dich ja in einem komplett anderen Bereich wieder. Also du bist komplett abgedriftet. Das ist ungefähr so wie auf hoher See, in einem Bötchen, ohne Motor, mit ... Du verlierst dich dann auch in ... Total. Ja, ja, du verlierst dich dann auch. Du riffst es komplett ab und dann triffst du aber nicht eine falsche Entscheidung, sondern dann fängst du an zu rudern und zu rudern und zu rudern und auf einmal wird dir das Rudern zu anstrengend. Du sagst doch, komm, tue ich dir mal diese Ruder weg, ja. Und versuchst es mit den Händen. Verstehst du, es wird so Banane, das wird eigentlich immer bekloppter und immer dümmer. Also du bleibst in so ... Das ist so ein Dummheitsstrudel. So eine Abwärtsspirale. Das ist ein Dummheitsstrudel, ja. Also es ist der Strudel der Dummheit von einfach eine Fehlentscheidung folgt dann die nächste, weil du halt nicht mehr klar denkst. Ja, das hat aber auch viel, um das jetzt mal wieder in ein bisschen seriösere Worte zu packen, hat das ja auch, glaube ich, viel mit, sag ich mal so, Betriebsblindheit zu tun. Das ist, glaube ich, ein Wort, mit dem sich sehr, sehr viele auch identifizieren können, weil ich das öfters auch höre in meinen Calls, dass die Leute das da schon, aber auch selber reflektiert genug sind, um zu erkennen, dadurch, dass sie eben halt eine One-Man-Show sind, als Beispiel, und eben jeden Tag in dem Geschäft drin sind, so ein bisschen die Scheuklappen anhaben und eben diese Weitsicht fehlt, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. In jeder ... Verstehst du? In jeder Lage. Weil ich meine, am Ende des Tages ist ja auch so, Fehler sind normal und Fehler sind auch gut. Aber wie du gesagt hast, man sollte halt erstens sich zu gravierende Fehler machen und natürlich auch stetig gucken, wie kann ich denn Fehler vermeiden und wie kann ich dafür sorgen, vor allem die richtigen Dinge zu tun. Ja gut, aber ich schaue, lassen wir mal ganz offen sein. Wenn du das mal im großen Stil siehst, große Unternehmen haben einfach einen Stab an kompetenten Leuten, natürlich gibt es auch Firmen mit inkompetenten Leuten, aber haben einen Stab von kompetenten Leuten. Es ist ja nicht umsonst so, dass es einen Vorstand CEO gibt, einen CFO und so weiter. Die Firmen nennen sich dann Regierung mit inkompetenten. Ja, okay, kann man auch so sehen, aber auch selbst da, wenn eine Regierung intakt ist, wenn sie wirklich intakt ist, wenn sie gut ist, dann sucht sie sich ja kompetente Leute aus verschiedenen Fachbereichen. Sollte so sein. Und so muss man es natürlich letztendlich auch selber aufbauen. Du kannst als Unternehmer, musst du natürlich Ahnung von Steuern zum Beispiel haben. Du musst Ahnung von Prozessen haben. Du musst natürlich auch Mitarbeiter führen und so weiter. Aber am Ende des Tages brauchst du natürlich auch Ratgeber. Und jeder halbwegs schlaue Unternehmer, jeder halbwegs schlaue Unternehmer hat einfach Leute, hat eine Ahnung von allen Bereichen, verstehen und blickt auch durch, aber hat natürlich auch Leute, die er zur Rate ziehen kann. Sei es mit anderen Unternehmern, mit denen er sich austauschen kann. Sei es eben eigene Berater, die er auch bezahlt dafür, dass er entsprechenden Rat gibt. Unterm Strich ist aber der Unternehmer oder die Unternehmer die Personen, die in der Lage sind und wissen, wie man Informationen filtert, wie man dann daraus entstehend die richtigen Entscheidungen trifft. Die wissen aber genau auch, was sie können und was sie nicht können. und wissen aber auch, was sie wollen und was sie nicht wollen. Aber eines tun die, dass sie halt sich das notwendige Wissen beschaffen durch eigenes Lernen und durch eben Quellen, das Wissen beschaffen, was sie brauchen, das checken und dann eben auch die Dinge dann umsetzen. Ich habe es ja gerade eben noch mit einem Gespräch gesagt. Ich sage mal jetzt, weißt du, Mark Zuckerberg zum Beispiel von Facebook, das ist ja jetzt nicht, ich sage mal, ein Typ, wo man sagt, das ist jetzt die Führungspersönlichkeit schlechthin. Ist es nicht. so ein super Redner ist es auch nicht. Aber ich glaube, mit Sicherheit ist es ein cooler Hacker, also ein guter Programmierer, Genius-Programmierer, was auch immer. Ich will den auch gar nicht in irgendeine Schublade stecken. Der Punkt ist nur einfach der, der Junge hat ja irgendwas gemacht, der hat ja irgendwas gemacht, um so eine riesen Company aufzubauen. Das hat er natürlich auch nicht alleine, sondern er hat die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen, mit dem richtigen Maß, mit allem, was dazugehört. Und das ist all over so. Ja, ich glaube aber, um jetzt beim Zuckerberg-Beispiel zu bleiben, auch das, oder was heißt ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, dass zu der Zeit das Produkt, was er geschaffen hat, auch einfach, ich würde sagen, 80 Prozent Beitrag dazu geleistet hat, dass Facebook so groß geworden ist. Das ist ja immer so. Weil es hat halt wirklich ein globales Problem oder einen globalen Einfluss auf die Kommunikation von Menschen zueinander genommen. Und wenn du natürlich so ein Produkt schaffst, dann ist natürlich der, die Skalierung, sag ich mal, hat einen anderen Maßstab. Ja gut, aber das kannst du natürlich auch verhauen. Kannst du auch verhauen. Das kannst du auch verhauen. Es gibt genug andere Beispiele dafür. du kannst alles verhauen. Der Punkt ist, und da sind wir ja wieder bei einem ganz wichtigen Thema, ist, du musst einfach, egal was du tust, du musst irgendwelche Probleme lösen. Ob jetzt als Immobilienmakler musst du auch Probleme lösen. Es wird immer Menschen geben, die keinen Bock haben, ihre Immobilie selber zu verkaufen. Wenn du als Makler aber wirklich das Problem anderer Leute lösen kannst, und das machst du richtig cool, dann kriegst du natürlich mehr davon. Dann hast du, ist klar, je mehr Probleme du lösen kannst, umso mehr bekommst du, im Sinne von Aufträgen, um die Dinge in den Griff zu kriegen. Aber was ich einfach sagen wollte, guck dir Elon Musk an, das ist ja jetzt auch nicht, ich sag mal, eine super charismatische Persönlichkeit. Finde ich nicht, ganz ehrlich, finde ich überhaupt nicht. Und wenn du dir einen Jeff Bezos angeguckt hast vor 15 oder 20 Jahren, sorry, auch keine super charismatische Persönlichkeit. Heißt also, du musst gar keine charismatische Persönlichkeit sein, um eine riesen Company aufzubauen. Aber die Typen haben sich alle entwickelt. Guck dir heute den Jeff Bezos an, wie vor 20 Jahren. Die haben sich entwickelt. Die haben gelernt, die haben weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und haben sich halt auch mit den wichtigen und guten Ratgebern, wie du es eben gesagt hast, umgeben, um auch in, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Weil das ist ja gerade in dieser Tech-Branche, aber auch in jeder anderen Branche eben dasselbe, dass die Konkurrenz ja auch nicht aufhört. Absolut. Und am Ende des Tages ist es ja bei einem Makler genauso. Du bist an einem bestimmten Standort, wo auch viele andere denselben Plan verfolgen, den du hast. Also sollte ja deine Aufgabe sein, auch schneller als die anderen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an bestimmte Ergebnisse ranzukommen. Und das schaffst du halt nur, indem du dir auch irgendwoher so einen Marktvorsprung, Informationsvorsprung nennst, wie du es willst, dir holst. Genau. Und überleg mal, zum Beispiel Google würde es nicht geben, wenn es Jeff Bezos nicht gäbe. Google ist entstanden und ist finanziert worden, ursprünglich von Amazon, beziehungsweise von Jeff Bezos. Gibt es auf, ich glaube Paramount ist es, gibt es eine Serie irgendwie der Milliardäre, bla bla bla, und da ist die Story drin. sehr, sehr spannend, ja. Kann man sich das auch mal gerne anschauen. Aber die Ursprungsfrage war ja, was pitcht mich so ein bisschen, ja. Also das ist schon so ein Thema. Dummheit haben wir auf jeden Fall. Ja, das ist halt ein Thema, was ich halt immer wieder interessant finde. Und ich bin der Meinung, und damit können wir es glaube ich auch bei diesem Thema heute belassen, ist einfach das Thema, ich, wenn ich selbstständig bin, und egal, ob ich alleine arbeite, im kleinen Team, oder eben mit Mitarbeitern arbeite, dann ist es einfach meine Aufgabe, dann muss ich mir einfach Wissen aneignen, ich muss mich auch persönlich weiterentwickeln, und vor allen Dingen mal mein fucking Scheiß-Drecks-Ego-Kack, ich muss das mal wirklich so sagen, mal hinten anstellen, ja, und nicht immer so tun, als wenn ich die Weisheit mit dem Schlaumlöffel gefressen habe. Weil wenn ich etwas nicht auf die Kette kriege, und ich hasse Lose, ja, ich hasse Verlieren, aber wenn ich etwas nicht hinkriege, dann beiße ich mich da rein, bis ich die Nuss geknackt habe, ja, und bis ich das gecheckt habe, und bis ich verstehe, wie es geht, ja. Ja, und das ist das, was ich im Prinzip von einem Selbstständigen oder auch Unternehmer erwarte, dass er einfach dann an der Stelle, wenn er etwas nicht versteht oder wenn er eine Nuss nicht geknackt bekommt, dass er sich helfen lässt. Weil das ist eigentlich das Kernproblem, ja, sich helfen zu lassen oder sich eben auch das Wissen anzueignen und mal sein eigenes Ego hinten anzustellen und zu gucken, und völlig unabhängig, ob das jetzt ein Leon Bosbach ist mit 24 Jahren oder ein alter Hase, sage ich jetzt mal, wie ich, ja, dass man aber einfach sagt, hey, da sind Typen, die sind darauf spezialisiert, die können das und ich habe die Nuss nicht geknackt, also hole ich mir Hilfe von Leuten, die wissen, wie es geht. So einfach ist das. Ja, und dann ist schon das Thema Dummheit, also gleich Nichtwissen, lösbar. Es sei denn, ich bin halt wirklich dumm wie ein Eimer und okay, dann ist halt natürlich auch das Thema schwer zu beseitigen, aber das sind ja die meisten glücklicherweise nicht, weil die Anzahl an Analphabeten und Dummköpfen in unserem Land ist doch deutlich geringer als die auf der anderen Seite. In diesem Sinne, beschließen wir das von heute? Mehr brauchen wir auch gar nicht dazu zu sagen, zum Thema, wenn ihr die Erkenntnis habt, euch weiterzuentwickeln und euch die sehr wertvollen Ratgeber an eure Seite zu holen, dann tragt euch ein, findet ihr alles in der Infobox, liken nicht vergessen, Kommentar, noch irgendwas? Ja, gerne, kommentieren auch, gerade zu diesem Thema. Vielleicht, genau, wenn ihr auch vielleicht Themen habt, wo wir uns mal drüber unterhalten sollen, dann schreibt das einfach rein und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Peace.